Willkommen zurück, wir gehen jetzt hier hinein. Eben haben wir ja diesen Oktopus und alles besiegt. Mal sehen was jetzt kommt. Link guckt nur noch in den Himmel. Okay. Das ist sein Herz. Oder so. Ach du heilige Scheiße. Barina, elektronische Biotan... Biotentakel. What the fuck ist das? Ähm. Der hat aber noch einen Uebra. Die machen wir auch kaputt. War das jetzt richtig? Oh Gott. Oh Gott. Das ist ja böse. Nein! Wo machen? Komm wieder her! Die Tate geht voll Enrich. Aua! Lass mich doch mal hier! Bist du schlimmer als ein Karussell. So, du Olle! Ach du Kacke, was ist jetzt los? Geh weg! Nein! Ich würd grad so Enrichstrahlen machen auch. Ja, die wird ja immer Enrichstrahlen hier! Das hat gesessen. Ach komm! Ich glaub es ist tot! Oh Gott! Es ist Pickel und es zerplatzt. Kinder, das passiert mit euch wie eine Pickel kriegt. Ah! Ein Herzcontainer! Das ist ja die scheiß Prinzessin. Hör mal zu! So! Du, du bist spät dran. Warum hat das so lange gedauert? Du bist ein ziemlich lahme Ente. Na gut. Ich habe mich ein bisschen einsam gefühlt. Das ist alles. Aber nur ein bisschen. Sie mag mich. Leute, das war ein ziemlich harter Kampf für mich. Diesen scheiß Bauch zu kämpfen ohne Witz, das war echt schlimm für mich. Gott! Ich hab's überlebt! Hallo? Ich glaub sie steht auf mich. Hey du! Du bist cool! Ich bin ein bisschen mehr als andere, aber nur ein bisschen. Naja egal! Du hast mich gerettet! Ich denke, ich kann dir eine Belohnung dafür geben. Was möchtest du? Sag's mir! Ich möchte den heiligen Stein. Eigentlich nicht. Hihi! Sei nicht so schüchtern! Ich weiß genau, was du gerade denkst. Sex! Ich habe ihn von meiner Mama bekommen und darf ihn nur dem geben, der mich heiratet. Gott! Es ist eine Art Verlobungsrecht mit den Zoras. Okay! Ich gebe dir meinen wertvollsten Schutz. Den Zora Saphir. Gut, dann heiraten wir halt. Kann ich auch nicht so tun. Ich habe ihn in den Zora Stein. Ich habe ihn in den Zora Stein. Nummer 4. Von den Zoras wurde dir diese heiliger Stein des Wassers übergeben. Prinzessin Ruto hat dir ihren wertvollsten Schatz gegeben. Nun besitzt du die drei heiligen Steine. Jetzt schnellst du Prinzessin Zelda. Auf geht's zu Prinzessin Zelda! Sag's bloß nicht meinem Daddy! Herr Mia! Ich muss hier irgendwie raus. Zu Zelda. So dicker Wal. Das war's wohl. Da hinten ist ein Ausgang, glaube ich. Guck ich aber nicht hoch. Gut, gehe ich halt da raus. Ah! Hey! Du besitzt nur die drei heiligen Steine. Ja, da will ich ja hin, du Vogel. Warte doch mal ab. Boah, wie kleine Prinzessin das zu dem Dicken da. Ich hoffe, mein wertvollster Schatz, ja. So. Ja, Leute. Ich bin grad... Ach, wir haben's geschafft. Wir haben alle drei Steine. Jippie 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 Jiss. Schweine Backe. Ich will ihm was gucken. Ich werden ihm da durch. Ich glaube da ist eine Abkürzung. Oder wir gehen einfach den normalen Weg zurück. Das geht jetzt mal ein bisschen schneller, da wir unsere Spezialabgötzung benutzen. Ich möchte nochmal das Schild wieder wechseln. Gut, gut. Auf geht's, zurück. Aus der Bahn, du hast keine Chance. Uwe. Lalalalalalalala. Ja, gut.